Dein neues Bike. Deine Fragen. Die fünfte Frage kommt von Joel aus Frauenfeld. Deine Frage ist ziemlich schwierig. Ich bin selber noch nicht viel Elektrofahrt gefahren. Ich kenne Kawasaki, Lighting S, LS 2018 gar nicht. Ich kann leider nicht weiterhelfen, wie sich das anfühlt. Ich denke aber, dass es vielleicht die Zukunft mit den Elektrofahrzeugen sein wird. Bei den Autos kommt man sehr viel mit elektroantriebene Fahrzeuge. Auch schon bei den Töffen gibt es ein paar. Aber bei mir muss es immer noch Motoren. Von daher bin ich noch nicht so viel auf Elektro unterwegs. Das ist der nächste Mal. Vielen Dank.